weiter da jetzt keine ahnung ich gewinn am drücken gegen die ganzen oder kann aber musst du die augen aufmachen hoch ist aber klein wirst du auf dem boden gegen bist ich glaube ich drei kilo ausgeschießen ich glaube ich muss noch den stream starten schon angeschaut was nächste woche kannst brudy ein gruseliges herzlich willkommen zu outlast oder kannst du nicht dazwischen reden wenn da zwei erwachsene reden wirklich du kannst anmoderation nach dem stream machen ich gehe wieder dünn scheißen ja leute auf jeden Fall herzlich willkommen hier Donnerstag am Abend könnte ich das drehen und Samstag oder Sonntag am Abend Donnerstag Samstag Sonntag Sonntag kannst du nicht Donnerstag oder Samstag 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 ist noch nicht ganz fix bei mir aber dann machen wir Donnerstag was habt ihr euch eigentlich schon Dings angeschaut ob ich das grundsätzlich interessieren würde bald okay noch nicht nachdem das eh noch dauert vielleicht habe ich mich damit nicht beschäftigt und dann ist die Tür angerufen ja da so ich komme alle da davon ist auch ich sehe das ich sehe den gar nicht hat sich was bewegt ist er so um die ecke gerade gegangen ah da ist er das war unabsicht ich wollte eigentlich die flasche nach hinten werfen ja was kommt der wolf mit der pseudo da um die ecke kommen wer hat dich nicht gesehen und ich frage mich zu mir das ist sehr lust nein er macht doch wieder zu er ist so in der ruhe amm so ich kann zu jetzt ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann Ich hab das noch absurde Das war's für heute. Was ist das? Gott, was du? Where the hell did you come from? Hold her right there! Du denk ich dir, ich bin vor dir! Okay? Wir müssen da die Spiele abschließen, weiter Ich bin jetzt bei der Gruppe, aber da brauche ich den zweiten Ich bin auf der anderen Seite Fuck Ich bin jetzt bei der Gruppe, aber ich bin jetzt bei der Gruppe, so viel Hmph. Kannst du nicht sagen? Oh. Sorry. Perfect. Die hell? Wo ist noch ein Spiel? Keine Ahnung, ich habe noch keines gefunden. Ich bin bis jetzt von den Anhuso weggelaufen. Da ist auch keine Karte hier irgendwo. Ich höre eins irgendwo. Da ist eins. Ein Spiel habe ich gefunden. Habt ihr das erste Ticket? Mal schauen, ob ich da hinkomme. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ich habe einen Ticket. Ich habe einen Ticket. Ich habe einen Ticket. Es kommt da, ne? Ich hasse, dass das Level so stark ist. Ich weiß auch nicht, du merkst, mein Lieblingslevel ist halt. Stimmt. Bist du bei der Coop-Tür eigentlich so los? Weiß auch nicht, aber ich kann ihn nur von hinten aufmachen. So, ich muss mal schauen, wo ich da bin. Hinter der Coop-Tür ist auf jeden Fall. Es sind zwei Spielstände nebeneinander. Da müsste irgendwo bei dir sein, Dominic, die Spielstände. Bei mir ist es, warte mal. Irgendwo kommt eine Tür. Ich habe keine Zeit. So, die Halt ist bei mir, glaube ich. Aber du bist auf der anderen Seite gekommen. Ich weiß es, ich komme da nicht hin oder immer ein Gegner kommt. Bei mir sind noch beide Spiele. Ich weiß, die sind beide dort. Das Thema, das hier ist ein großartiges. Das hier spielt mir ja bis. Das hier spielt unter anderem viel Sad. Er ist nicht kein Kampf. Oh mein Gott! Geh' alle, du blöde! Dann gleich die Koop-Tür, wenn du fertig bist. Ich brauch noch 2 Herzen dann. Hast du nicht alle mitgenommen? Was? Ich nehm hier nur 3er. Ich hab meine Sachen nicht. Hinter mir kommt einer. Bleib da drin. Irgendwann brauch ich dann Heilung damit. Dann komm ich mit. Ich werde nur Heilung, wenn ich nicht zu viel bin. Irgendwo bei mir ist er, ne? Zwei bei mir. Zwei bei mir. Zwei bei mir. Ich weiß übrigens nicht, der Koop dir dann. Ja bleib in der Nähe, wenn du kannst. Dann mag ich sie mit dir nachher. Warum ist der umgedreht? Der Hohler so. Da kommt doch da ist einer. Kommt, der kommt da ran. Kommt da. Das war so klar, dass der da reinkommt jetzt da. Brauchst du auch Heilung, Dominik? Wenn nicht, dann mach ich Alex schnell. Nein, ich brauche mich zu dringend ane. Hast du Herzen mit, Lord? Nein. Ich musste leider ganze Zeit immer fliehen. Nein, ich will mich an. Engst variants Verdammelung. Waffe nicht? GeANG, le por YouTube- Heißt, uns spülen immer noch die Geräte. throw in die Durchsage. Immer hat meine Dietrich und uns nur eine Torfgehung, die ich hatte. Dasaneil ist ja egal. Nein. doch eines braucht noch ein herz ein bau jetzt noch schasse da kommt genau da jetzt wieder da ist er drin okay 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 er hat frohes leben ich weiß nicht was er macht er hätte nur vorbeilaufen müssen wir müssen kurz warten bis die weg sind oder du lockst ihn weg und ich gehe heilen dann machen wir so warte mal so warte sie sind eh weg ich gehe Norbert heilen warum tust du uns auch nicht in unsere Richtung krabbeln verstehe ich halt nicht Norbert er kommt da genau ist die Bruder dass sie uns wir hätten trotzdem in unsere Richtung krabbeln müssen aber die hätten mich dann für dich gefinisht die gefinishten dich sowieso wenn sie dich sehen okay ich bin ein paar hast du Heilung zufällig ja okay so so kommt der geschiesse natal oh bei dem fand ich letzten sehen vielleicht da muss ich sagen das muss ich sagen wenn man einmal wissen wie das geht da ist er schon an irgendwo Ich freu den Orbitz. Ich hab das nur viel. Doktor ist da. Ich werde jetzt sterben. Überall sind die Türen zu. Ich hab eine Psychose. Aber wenn du noch einmal in meine Ecke bringst die Gegner, dann opfer ich dich. Ich hab dich nicht übergesehen. Wenn du halt Leben hast, ich brauch halt unbedingt Leben. Ich bin nicht gefährlich. Ich hab ihn nicht überrascht. Ich habe ihn. Okay, kann ich mehr, der kommt da noch. Was ist das, kann ich da? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Du bist der Bess. Hier sind wir. 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 Soch auf. Kann man sprinten. Was? jetzt nicht was ja und ich habe gesagt ich habe keine ausdauer und das steht nur daneben er war ein gegner ja aber das ist aufgang ja 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 Fuck. 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 Fog... 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 Fog Fog... 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 Fog! Warum darfst du denn das allerdings? Scheiße, gibt's da gar nichts. So, ich bin hier bei euch. Ich komme auch hoch. Das gibt es ja nichts. Komm da nach. Durch. Ein weiter. Danke, Norbert. Norbert? Hallo. Ja. Na, da seid ihr. Die will uns einfach auf den Scheiß drehen. Da kann man. Haben zwei gleich. Haben Psycho. Ja, ich kann mich halt überhaupt gerade nicht aus. Ich kann mich halt überhaupt gerade nicht aus. Ja. Jetzt ist der Schweder da. Ich dachte, der ist nur einmal drinnen. Wie oft geht der da rein? Ja. Ich kann aber weiter schieben. Ja. Kann ich. Wollt verfolgt. Woa. Dann. Dann ist einfach auch da. Ja. Oh, warum schiebst du mich? Also, okay. Wollt verfolgt mich. Sorry, toll. Wenn du kommst, dann alles. Komm her. Ist wichtig. Wenn du nicht verfolgt, dann halt. Woa. Oh, ich hab dir. Oh, ich hab dir. Danke, und drinnen. Oh ... Hier, da muss ich auf. Oh, du bist. In Ordnung, ich hab dir. Schaut ab! Oh, ich hab so die Show sind, warte. Ich muss laufen. Ich hab mir zu früh angefangen. Haha. Ah, sie ist da, sie ist da, sie kommt zu dir. Also, wie hast du mich jetzt gesehen? Also, das ist halt los, dass du Laster jetzt. Jetzt bin ich nämlich aufgelist. Wir sind beim gleichen Storben. Warum sagst du, dass das schon wieder drinnen ist? Ja, was? Ich weiß, dass das schon wieder drinnen ist. Oh Gott! Ich hatte auf jeden Fall eine Spritze mit. Nein. Ich hab halt viel zu fektisch. Ich hab mir glaube ich jetzt gerade viermal Gegner in die Fressung gelesen. Das ist halt eng manchmal. Manchmal kannst du nicht so im Kreis rennen, dass du bei Cannes vorbeiläust. Ich bin ja jetzt nicht durch das Verfolgen gestorben. Er liegt drüben. Warum würdest du das machen? Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Das ist gut. Komm. Sorry, Alex. Aber ich musste weg, weil ich hatte Psycho. Sonst wäre ich auch drauf gegangen. Entschuldigung? Okay, okay. Hab ich nicht gesagt. Irgendwo kommt ein Gegner wieder. Okay. Da musst du aber noch nicht rein. Achso. Ich brauche eure Hebräer jetzt dann. Ja. So. Da kommt zwei Dach. Norbert. Oh, er ist da. Das gibt's hier nicht. Und schon wieder ihm eine Fresse. Jetzt kommt noch zu klein. Norbert, der Punkt, oder? Jetzt könnte ich uns nun hören. Da ist noch einer. Alex? Ja? Komm her jetzt bitte. Du drückst hier drauf. Jetzt? Jetzt. Geht schon. Geht schon. Jetzt bin ich. Kann ich. Sowas und an sowas mit. Wir müssen diese Räume halt viel öfter aufmachen, finde ich. Da musst du mal die finden. Ich hab noch nie so einen Raum gesehen. Ich seh die Uhr oft. Was ist das eigentlich? Hab ich noch nie in der Hand gehabt, glaube ich. Die Generalstüche. Öffnest du vorher bloß in den Behälter? Ja. 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 Das gibt's nicht. Ja. 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 Ich habe eine Psychose. So. Ich hätte vielleicht nicht gedacht, muss man. Ja, das ist ja nicht möglich. Es ist nämlich zu kommen. Ein Wälder. So Macht das eigentlich irgendwas schon an Rohr oder? Okay dann beginne ich mit A mal Ja passt Ich muss wieder zu deinem Raum zurück wo die Rohre beginnen Nein Wenn mich jetzt verdrückt ich bin oft Die Kids aren't hearing it Ich werde dich nicht verletzen Ich werde dich nicht verletzen Ich habe auch keine Batterie mehr. Dann mache ich die jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Nein, der dreht sich nicht. Nein, der dreht sich nicht.